hallo leute ich bin im wald zum pils suchen und das ist der erste steinpilz für 2014 ein pracht exemplar und den werde ich jetzt mal ernten schaut euch das an leider ein wunderbares stück dann geht jetzt die pilszeit los freunde und hier ist der zweite das gibt ein feines essen ich möchte mich wieder wenn ich noch was finde ich bin immer noch der suche jetzt auf den heimweg machen zwei pülse zwei steinpilze habe ich gefunden und es geht ja auch erst los mit den pülsen dann mache ich mich jetzt mal auf den heimweg bis zum nächsten mal guck euch das mal an riesen steinpilze da gucken wir mal ob die noch gut sind das ist doch die pähne Der ist noch gut. Der ist noch gut. Der ist auch noch gut. Ja, Leute, die Pilzezeit geht jetzt los. Na, da sind trocken. Super. Leute, guckt hin. Ja, da sind noch gut. Ja, da sind noch gut. Ja, da sind noch gut. Ich habe Butter geschwenkt und dann gegessen. Ja, das wäre es gewesen. Endgültig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.